So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich wollte ich euch heute den Mega Raid Fail des Jahrhunderts zeigen, der gestern entstanden ist. Ich den dann rausschneiden musste aus dem Video und dann heute hochladen wollte. Aber es sind schon wieder News angekündigt und zwar ein Event und eine Mega Fett News mit Fett dran, die ihr unbedingt nicht verpassen dürft, aber ihr kriegt es ja eh mit, wenn ihr irgendwann mal eure App anmacht und dann, ja, das heißt, ich werde den Raid vielleicht für morgen dann, den Mega Raid Fail Raid Video Bums für morgen machen und jetzt konzentrieren wir uns darauf. Die Rivalenwoche wurde angekündigt und später wurde noch angekündigt, dass es eine Spezialforschung geben wird, in der man D&C bekommt. Also, D&C gab es ja mit einem Ticket zur, weiß ich nicht, zum letzten Go-Fest. Irgendwas war, da gab es D&C und man sagt immer, ihr müsst Ticket kaufen, teuer und dann kriegt ihr das und alle anderen so, boah, warum wird das denn immer versteckt? Aber es war bisher immer so, dass man zum Go-Fest ja Dinge eigentlich nur mit dem Ticket ein bisschen eher bekommt, die später aber für alle sowieso freigeschalten werden. Guckt euch auch Shaman an oder so. Also, es gibt Shaman Ticket und dann irgendwann gibt es Shaman Forschung für alle. Dann gibt es Shaman Shiny Ticket, dann irgendwann gibt es vielleicht Forschung für alle und das ist immer so. Ihr habt also mit Tickets meistens nur verfrühten Zugang, gerade was Go-Feste betrifft und so. Wer also noch kein D&C hat, so wie der Habanero Lime Account, das ist ja auch ein Teil, was eine Mega-Entwicklung haben kann und eigentlich auch recht nützlich, stark ist oder so, habe ich mal gehört, der kann sich jetzt freuen, denn D&C, Spezialforschung für alle, gratis, kostenlos. Ab 1. Mai, jetzt ist der 26.04., hier steht nochmal, D&C steht bei einer Spezialforschung für alle Trainer im Rampenlicht. D&C erscheint in einer kostenlosen Spezialforschung. Edles Schimmern heißt die und ist ab dem 1. Mai 10 Uhr für alle Trainer verfügbar. Am Ende begegnet man dann D&C. Die Forschung läuft nicht ab, ihr könnt sie im eigenen Tempo machen. Sobald ihr euch ab 1. Mai einmal eingeloggt habt, ist sie auf der rechten Seite bei Spezial in den Tabs mit drin, wo eben eure Spezialforschungen sind. Nicht begrenzt, unendlich Zeit, könnt ihr machen, kriegt dann ein D&C. Feldforschungen zu D&C, das ist vielleicht auch wichtig, weil ihr braucht ja auch Mega-Energie. Ich denke mal, in der Spezialforschung wird es auch ein bisschen welche geben. Vielleicht so, dass ihr es einmal entwickeln könnt. Ihr könnt aber auch zusätzliche wahrscheinlich sammeln über Feldforschungen. Vom 1. Mai 0 Uhr bis Freitag, den 3. Mai 23.59 Uhr. Wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht, könnt ihr Event-Feldforschungsaufgaben finden, schließt diese ab, um Mega-Energie für D&C zu erhalten und Rokara zu begegnen. Denn Rokara ja ein Pokémon für die GBL-Superliga da, sehr nützlich, habe ich noch nie benutzt. Und D&C, gönnt euch, nehmt euch mit, freut euch drauf. Ab 1. Mai kriegt ihr also dann ein D&C-Geschenk, was eben auch die Mega-Entwicklung auslösen kann. Dann geht es weiter mit der Rivalenwoche am 4. Mai. Am 4. Mai kommen die Rivalenwoche dazu. Ich meine, der Monat ist jetzt fast um. Es muss sowieso wieder der Event-Kalender reinkommen für den Mai. Jetzt wissen wir aber schon von der Spezialforschung, wir wissen schon, das erste Event ist die Rivalenwoche. Die Raid-Worze wissen wir eigentlich noch nicht. Aber wird es sicherlich auch jetzt dann am Wochenende oder so oder Anfang der Woche nochmal was dazu geben. In der Rivalenwoche geht es in Pokémon GO turbulent zu. Wir haben hier Carapenis und Jiu Testo, die zwei finde ich auch richtig cool, so als Duo. Alles, was ihr hier seht, ist ja eigentlich auch regional gewesen, dass das immer auf verschiedenen Kontinenten verteilt war und dann immer auch mal gewechselt hat oder eben auch nicht. Und ja, aber ist irgendwas hiervon jetzt nützlich? Meiner Meinung nach, nein. Kann aber, glaube ich, alles shiny sein, ja. Kann alles shiny sein, ist alles regionales Zeug in der Rivalenwoche. Die beginnt am Samstag, Samstag, 4. Mai, 10 Uhr. Bis Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr. Zehnfache EP für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen. Doppelte Fangbonbons. Erhöhte Chance auf schillernde Sengu, Vipitis, Jiu Testo, Caradonis, Funifras, Vermicula. Also wer die Shinies noch nicht hat, greift hier zu, hat hier gute Chancen. Wilde Pokémon. Die wilden, die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Alola, Sandan, Menki, Quapsel, Macholos, Gorgla, Trassla. Mit Glück auch Schlurp und Galaflunschlik. Macholo, auf jeden Fall Empfehlung von mir. Ich sage ja sowieso, 6. Armee. Machomai muss am Start sein. Erst normal, dann als Krypto vielleicht später mal. Trassla auf jeden Fall auch stark, auch gut. Gaddevar, Mega Gaddevar, Galagladi, Mega Galagladi, alles so Zeug. Das zweite gibt es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich auf Trassla Bonbons gehen, weil Macholo bin ich fertig. Trassla, brauche ich noch irgendwas. Rest ist für mich eigentlich uninteressant. Alola, Sandan, ja, das wäre jetzt wieder was für GBL. Quapsel, kann ich eigentlich auch GBL machen. Kalaflunschlik, GBL vielleicht. Also mein Ziel wird Trassla sein und sonst brauche ich eigentlich nichts. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Pokémon könnt ihr auch den folgenden begegnen. Am 4. Mai, 10 Uhr bis 6. Mai, 10 Uhr, Senge und Vipitis. 6. Mai bis 8. Mai, Iotesto, Caradonis. Und 8. Mai bis 9. Mai, Furnifras, Vermikula. Also die oberen sind immer da und diese regionalen, die eben von der Shiny-Rate erhöht sind, sind dann aufgeteilt, dass nicht alles durcheinander ist. Ihr zwei Tage habt für Senge und Vipitis, ihr zwei Tage habt für Iotesto, Caradonis und Furnifras, Vermikula. Ein Tag sozusagen. Obwohl, es geht ja bis 20 Uhr am nächsten Tag, also das sind ja trotzdem irgendwie gefühlt zwei Tage. Hallo Adi, Schatz, was geht ab? Raid-Kämpfe, Stufe 1, Mankey, Teddyursa, Quiegel, Miniras. Wer noch kein Miniras hat, noch Bonbons braucht, vielleicht ein bisschen, kann er hier zuschlagen. Ansonsten Quiegel immer sehr cool, sehr stark. Das weg, nicht, dass er wieder Pause drückt hier. Raid-Kämpfe der Stufe 3, das haben sie ja wieder schön gemacht. Am 4. bis 6. gibt es in den 3er-Rates auch Senge und Vipitis. 6. bis 8. gibt es in den 3er-Rates Iotesto, Caradonis. Caradonis und 8. bis 9. Mai gibt es Furnifras, Vermikula. Also genau die regionalen wieder, die erhöht sind, findet ihr dann in 3er-Rates. Und ihr seht dann anhand der Raids, dass was in den Raids ist, ist halt auch gerade in der Wildnis anzutreffen, sozusagen. Ansonsten, Quiegel, Miniras, weil es halt ein bisschen selten ist, könnte man mitnehmen. Über 5er wissen wir jetzt hier nichts, das sind halt nur die eventspezifischen. Also der Eventkalender für Mai muss auf jeden Fall noch her. Pokémon bei Feldforschungen. Für den Abschluss der Aufgaben gibt es Alola, Sandan, Menki, Quapsel, Schlurps, Gorgler, Drassler, Galaflundschlick. Alles, was also auch oben wild erscheint, könnt ihr auch aus den Feldforschungsaufgaben ziehen. Es gibt eine befristete Forschung wieder, die links im Tab aufgeführt ist. Hier gibt es am Ende dann EP, Sonderbonbons, Sofort-TMs und natürlich auch Begegnungen mit Event-Pokémon. Gleichzeitig findet vom 4. Mai bis zum 5. Mai auch das Go-Kampfwochenende statt. Das ist ja immer cool für die Leute, die viel GBL spielen, die haben da immer Bock drauf. Ich habe früher da immer ein bisschen mitgemacht, mittlerweile habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Man erhält wieder viermal so viel Sternenstaub als Belohnung für die Siege. Außer bei der Belohnung am Ende eines Kampfsets, also nur für die normalen. Man kann von 0 bis 23.59 Uhr 20 Kampfsets statt 5 pro Tag bestreiten, also 100 Kämpfe am Tag. Das wisst ihr. Da gibt es eine kostenlose, befristete Forschung rund ums Kämpfen. Da gibt es Sandalen im Stil von Haller. Also auch wieder auf der linken Seite seht ihr dann eine kostenlose Forschung. Und es gibt eine kostenpflichtige, befristete Forschung. Also die mit Ticket. Aber die steht dann auch auf der linken Seite. Ihr müsstet also, wenn ihr ein Ticket euch kauft oder eins kriegt, zwei Forschungen haben zum Kampfwochenende. Plus eben aber diese befristete Forschung von der Rivalenwoche generell. Das sind drei verschiedene Forschungen. Zwei so, eine mit Ticket. Für 1 US-Dollar gibt es eine Forschung. Da muss man Aufgaben erfüllen, wahrscheinlich rund ums Kämpfen. Da gibt es Staub, auch Sternstücke, Sonderbonbons und XL-Sonderbonbons am Ende. Für 1 US-Dollar ist nicht viel drin, aber ist auch eben nicht so teuer. Plus, Showcases eben mit den Event-Pokémon, die in der Rivalenwoche erscheinen. Habt ihr Bock auf GBL? Seid ihr gut unterwegs? Kämpft da immer regelmäßig. Dann habt ihr bestimmt Bock auf das Event und auf das Go-Kampf-Wochenende. Die Forschungen, die Accessoires für euren Avatar. Ich habe Bock auf Trassler. Wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Ziele? Was geht bei euch ab? Schreibt es in die Kommentare. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz.